Okay, also da ist noch keiner sein, dass da oben noch einer saß, aber niemand scheinen hier alle. Kein Toter. Das ist schön. 71 sind noch da. Das haben wir gut erledigt. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob wir die hier noch brauchen. Ich lass sie mal noch da. Das kann ja immer mal sein, ne? Ne, das war doof. Ne, das war auch doof. Das war gut. Das war sehr gut. So, dann können wir uns nämlich direkt den Fahrschuh hier holen mit dem. Und ich denke mir, da wird auch noch einer draufstehen. Ne, tut er nicht. Aber hier oben ist einer, ne? Einer, ja. Super. Ach, komm, dann machen wir das hier gerade. Dann müssen wir mit dem Ape nicht nur mal hier hoch. Und wir zerstören dann noch das eine Mienchen hier unten. Also die drei Mienchen, die hier hinten sind. Dann kommt ihr mal hier hin. Du darfst da nicht drüber kommen. So, danke schön. Ja. Ja, müsste eigentlich alles sein hier. Jetzt steht da vorne noch einer. Aber ich schwimme erst mal hier hier hier. Ja. Gut. Ist der vielleicht selbst da reingesprungen? Ah, fuck. Ich muss das nochmal machen, weil ich nicht weiß, ob der da reingegangen ist. Aber ich hätte auch, glaube ich, gucken können. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, der ist, glaube ich, selbst da reingegangen. Jetzt darf der aber nicht, weil der nicht im Bild stand. Ich habe Warte gesagt. Na. Eigentlich wäre jetzt da Fleisch geworden, aber nur gut. Ja, dann gehen wir halt ein bisschen weg. Dann wird das jetzt zwar zweimal gemacht, aber besser so, als dann am Ende nicht alle Mudaken zu haben. So. Next one. Zulag Nummer drei. Doch viele Mudaken sind noch nicht in Gefahr. Blah. Und wir sind in Zulag Nummer drei. Das ist ein schönes Grün. Das ist draußen Krach. Mehr Waffen. Ich versuche es erst gar nicht mehr. So. Und dann haben wir hier auf der einen Seite einen Zulag. So wie es aussieht. An den kommen wir aber nicht dran. Und auf jeder Seite haben wir einen Zulag. Ne, einen Zulag haben wir hier. Und dann den kommen wir nicht dran. Okay. Das heißt... Ne. Ne, ne. Das ist ein Sinn. Gut, dass der Zulag ja gewartet hat. Gut, dass der Zulag da gewartet hat. He. Also man muss die Kamera so ein bisschen rüber schwenken lassen, weil sonst funktioniert das nicht. Er zappelt, er zappelt, er zappelt! Jetzt sieht man sich nicht mehr. So, tot. Hätte ich nicht machen sollen. Nee, muss ich machen. Weil, Schalter ist hier, nicht da drüben. Und wenn wir hier hochfahren, dann haben wir wieder neue Türchen. Ich würde sagen, wir fangen oben links an und arbeiten uns dann nach unten. Die vier sehen übrigens sehr interessant aus. So. Warum bist du nicht gerannt, Abe? Okay. Dann machen wir das halt später mit der Mine. Oh. Ach, komm. Okay. Warum bist du aufgewacht? Ach. Ach. Jetzt riecht ich von beiden Seiten eine, ey. Ja. Alles klar. Der pennt wieder. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ist nix. Übrigens schöne Käfige da hinten. Wunderbar. 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 Wunderschön. Gott. episodes�. Wir können ziemlich viel mit ihm hier machen, weil wir kriegen den hier runter, ohne dass der kaputt geht, meine ich mal. Dann war das an. Doch, man kriegt den da runter. Ja, wunderbar. Mist, aber den kriegen wir easy, deswegen. Was ist das? Was ist das? Boah! Ist der kaputt? Ne, ist nicht kaputt. Kommt der hier hin? Ja gut, wenn das so ist. Dann checken wir doch nach oben die Lage. Hier ist nix. Dahinten ist ein Smiley übrigens. Na gut, ne. Mach ich hier schon mal an? Ding, ding, ding. Jetzt muss ich mal grad gucken. Ne, schade. Es wäre natürlich sehr gut gewesen, wenn wir den auch noch mal rüber gekriegt hätten. Aber man kann ja nie alles haben, ne. Ist natürlich sehr schlecht, weil ich nix höre, aber gut. Ich habe zwei noch. Fiege ich den da oben kaputt? Der sieht so außerhalb von mir aus. Ist der auch. Oh. 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 Ach, ich bin doof. Dann können wir schon mal ein paar retten und dann kriegen wir da oben Fritzl... Danke, dass ihr anhaltet. Fritzlbitzl kriegen wir hier. Ja, geht vielleicht noch ein bisschen langsamer. Alter, dass du hier nicht runtergefallen bist, ne? So. Jetzt ist das natürlich da drüben sehr easy. Da drüben steht übrigens ne Flasche... Ich glaube wir haben nicht alle... Ne, da ist noch einer. Komm mit! Noch 51. Hier das Level war im Original richtig asozial, richtig ekelhaft war das. Aber hier geht's eigentlich. So, wir haben hier oben noch welche sitzen. Drei Stück. So, dann müssen wir jetzt auch alle haben. Flöpflöpflöpflöpflöpflöpflöpflöp. Nice! So, jetzt haben wir noch... Ne, das war das erste, okay. Aber es war das ekelhafteste. So. 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 So.